Okay, jetzt wissen wir, was Sie mit den Banken vorhaben, vergesellschaftlichen. Ein bisschen genauer würde ich es trotzdem wissen, was am Ende das Ziel sein soll. Wollen Sie jetzt die Marktwirtschaft reformieren oder wollen Sie eine Systemänderung, eine komplett andere Gesellschaft? Ich denke, dass es Bereiche gibt, wo der Markt durchaus sinnvoll ist und es gibt Dinge, die man dem Markt entziehen muss. Ich glaube, Sie würden nicht auf die Idee kommen, das Schulsystem dem Markt zu überlassen. Wir sind aber schon dabei, dass wir zum Beispiel das Gesundheitswesen dem Markt überlassen. Wenn Sie nämlich ein privatisiertes Gesundheitssystem haben, private Krankenhäuser haben, dann wird natürlich der, der dieses Krankenhaus betreibt, das mit dem Ziel tun, einen Gewinn zu erwirtschaften. Er erwirtschaftet dann einen Gewinn, wenn er Leute hat, die viel bringen, aber wenig kosten, wenn er sie behandelt. Was ist mit privaten Großkonzernen, zum Beispiel in der Stromindustrie? In NRW haben die Linken plakatiert, RWE und Verstaatlichen. Sollen RWE und E.ON vergesellschaftet verstaatlicht werden? Wir denken, dass wenn wir die Preisentwicklung sehen bei den Stromkonzernen, wie der Bürger da abgezockt wird, weil wir dort Monopolstrukturen haben, dann wollen wir die ändern. Wir sind zum Beispiel der Auffassung, dass die Energieversorgung wieder kommunalisiert werden soll. Dass die Bürger wieder ihre Energie haben sollen. Das bedeutet nicht einfach nur, die Stromkonzerne sozusagen so zu belassen, wie sie sind, sondern es bedeutet tatsächlich, dass wir durch dezentrale Strukturen der Energieversorgung dazu beitragen, dass der Bürger sich auch den Strom künftig noch leisten kann. Gegenwärtig ist er dabei, dass über die Stromkonzerne sozusagen sein Einkommen abfließt an Monopolstrukturen. Und wo hat diese Vergesellschaftung von Betrieben ihre Grenze? Geben Sie irgendeine Garantie, wir wollen die Automobilindustrie, die Ölindustrie, die Bauindustrie nicht verstaatlichen? Oder ist das alles möglich? Nein, dort wo der Markt funktioniert, braucht man ja auch nicht vergesellschaften. Allerdings was die Betriebe angeht, sage ich Ihnen, da bin ich der Auffassung, dass wir eine Frage wieder diskutieren müssen in diesem Land.